Hallo, moin moin und herzlich willkommen Freunde der neunten Kunst. In dem Comic heute geht es um die Flucht von der Erde und um die Eroberung fremder Planeten. Und da haben wir auch schon das gute Stück, was ich euch heute präsentieren möchte aus dem Splitter Verlag. Der erste Band der fünfteiligen Conquest Reihe, der sich nennt Islandia. Das ist eine neue Reihe bei Splitter, da sind die ersten drei Bände schon von erschienen. Fünf an der Zahl sollen es werden. Alle Bände sind storytechnisch für sich abgeschlossen. Also man kann auch einfach Band 2 als erstes lesen oder Band 3. Die Geschichten bauen nicht aufeinander auf, die sind einfach für sich eben beendet. Teil 4 und Teil 5 kommen dann noch bis zum Ende diesen Jahres in den Handel. Und ich möchte euch heute den ersten vorstellen, der von Splitter herausgegeben wird in einem schönen großen Albumformat. Der kostet 18 Euro, müsste der, genau 18 Euro. Islandia ist der namensgebende Planet, um den es in diesem ersten Band hier geht. Die anderen Bände sind auch immer nach dem Planeten benannt, wo es dann storytechnisch sich drum handelt in den Geschichten. Zur Story sei gesagt, dass es darum geht, dass die Menschen aus einem noch nicht ganz genau erklärten Grund und die Erde nicht mehr weiterhin bewohnen können und sich jetzt nach einem neuen Heimatplaneten umschauen müssen. Daraufhin werden fünf verschiedene Flotten entsandt, die zu verschiedenen Exoplaneten hinreisen, um diese zu untersuchen, ob es dort möglich ist, quasi sich niederzulassen, dort anzusiedeln. In diesem ersten Band geht es um eine weibliche Figur, die wir begleiten. Es ist der Oberleutnant Kirsten König. Und diese Dame wurde halt mit einer Crew relativ weit ins Weltall geschickt, war im Kälteschlaf und ist dort jetzt aus dem Kryoschlaf erwacht. Und muss sich erstmal mit dieser neuen Situation zurechtfinden. Merkt auch, dass an ihr selber irgendwelche Dinge nicht mehr so ganz normal sind. Sie hat Kopfschmerzen und hört gewisse Stimmen und das Ganze ist ganz spannend aufgebaut. Die Charaktere selber sind zwar sehr eindimensional, was das angeht. Und wir haben jetzt nicht unbedingt so viel Tiefe, so viel Entwicklung in dieser Geschichte selber. Aber was das Tolle ist, ist einfach diese Zeichnung hier in diesem Band plus die gesamte Geschichte. Einfach die am Anfang noch relativ generisch irgendwie wirkt. Aber so gerade im letzten Drittel so ein, zwei Wendungen noch mit drin hat, die sehr interessant, sehr spannend sind und einen dann auf einmal wieder so mitreißen. Die machen diesen Comic wirklich aus. Also man hat das Gefühl, wenn man den liest, dass man gar keinen Comic liest, sondern einen Film schaut oder zumindest eine gezeichnete Variante von einem Film, den es bisher dato so noch gar nicht gibt, sehr natürlich im Cypher-Genre angelehnt. Hat halt so gewisse, ich sag mal, man kann schon fast ein bisschen sagen, so leichte Thriller-Elemente auch so ein bisschen mit drin, dass man versuchen muss, den einen oder anderen Komplott mit aufzudecken, der sich in dieser Story hier mit befindet. Und ja, ich muss echt mal gucken, wie es in den anderen Bänden so weitergeht, was man da so raus macht, dass sich die Geschichten nicht unbedingt wiederholen. Ja, auf jeden Fall kann ich für den Empfehlungen aussprechen. Wenn ihr Lust auf Science-Fiction mit Action und vielleicht so ein bisschen Thriller mit drin ganz gerne lest oder auch vielleicht euch einfach Filme davon anguckt, dann holt euch Conquest aus dem Splitter Verlag. Macht mal nichts mit falsch, hat mal Spaß mit. Was sagt ihr denn zu dem Conquest 1 Islandia? Habt ihr ihn schon gelesen? Hat er euch gefallen? Lest ihr sonst irgendwelche Science-Fiction-Comics, die in diese Richtung gehen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare nach unten, lasst ein Abo da, liked dieses Video oder die anderen Videos, ich würde mich freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Lesen und macht's gut, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. SAP